Hallo zusammen, ich hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich hier wieder für euch in Lidchen unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Solo-Mount-Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um das Class-Mount vom Krieger. Und ja, wie ihr sehen könnt, sitze ich bereits auf diesem und das ist wirklich ein richtig schickes Ding. Sieht so aus wie ein Protodrache, bloß halt so ein bisschen auf Dino-Style, wie ich finde. Und ja, mit diesen Klingen vorne raus und allem. Also ich finde es eines der schickesten Class-Mounts, von denen die Blizzard rausgebracht hat. Und ja, es ist bei dem auch wieder so, dass wir nur einen Mount haben. Also sprich ähnlich wie bei DK, aber dieses eine Mount verschiedene Farbgestaltungen hat, wenn man denn im anderen Spec ist. Und zwar seht ihr gerade, bin ich im Tank-Spec und da ist es so ein bisschen lila gehalten. Und ich würde sagen, wir schauen uns die anderen Specs natürlich auch noch an. Jetzt gehen wir mal in den Furors-Spec. Und da habe ich es mir vorhin auch schon rausgezogen, das Mount. Da ist es jetzt alles ein bisschen dunkler gehalten. Ja, so grau-braun, würde ich jetzt mal sagen. Sieht auch sehr cool aus. Aber die coolste Form ist die letzte und zwar die vom Waffenkrieger. Und die gucken wir uns auch mal an jetzt. Einmal ums Becken und aufsitzen aufs Mount. Und zwar haben wir dann so einen roten und der macht schon richtig was her. Also ich schwank zwischen dem roten und dem lilanen, muss ich sagen. Der dunkle ist auch nicht schlecht, aber die anderen beiden finde ich ein bisschen cooler. Und die Animation hier natürlich auch, wenn das Mount so hoch geht. Ja gut, soviel dazu. Hier muss man keine Artefakt-Power oder irgendwas farmen. Man kriegt direkt sein Mount, direkt die drei Looks im Endeffekt von dem. Und ja, mehr muss man da eigentlich nicht machen. Ich zeige euch jetzt aber, wie die Pre-Quest funktioniert. Beziehungsweise dann auch die eigentliche Kampagne für das Mount. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir gleich mal zu den Voraussetzungen. Und zwar, bevor wir damit anfangen, wollte ich euch noch darauf hinweisen. Ich habe euch unten einen Link in die Infobox, beziehungsweise in die Videokommentare, müsst ihr es auch reingepostet haben, wo ihr ein bisschen nach vorne springen könnt. Hat das auf sich, dass die Voraussetzungen für die Classmounts zumindest am Anfang relativ gleich sind. Und ihr dann, wenn ihr jetzt vielleicht schon mehrere Videos von mir gesehen habt über Classmounts, beziehungsweise selber schon mehrere Classmounts euch erspielt habt, das Ganze skippen könnt. Denn ich will das jetzt hier einigermaßen ausführlich machen für die Leute, die da vielleicht keine Ahnung haben, was sie genau tun müssen. Und ja, dann können alle anderen das einmal überspringen und dann direkt auf den Punkt losgehen, wo es dann für die einzelnen Klassen wirklich interessant wird. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Und zwar, wir brauchen mittlerweile nur noch ein einziges Achievement, um unser Klassenmount, unsere Klassenquest zu bekommen, die uns dann auch dementsprechend das Mount beschert. Und dieses Achievement heißt stumm auf das Grabmal. Wichtig ist, das ist die Legionsrichterkampagne, wenn ihr im Questlogs schaut. Ihr habt nämlich bestimmt sehr, sehr viele Quests und das macht es einem vielleicht ein bisschen leichter zu differenzieren, welche Quests brauche ich wirklich und welche Quests brauche ich nicht. Wichtig ist, um vielleicht ein bisschen Irrglauben aufzuräumen, ihr braucht weder den Ruf bei den Legionsrichtern, das stand ja mal vor 7.2 zur Debatte, ob man den vielleicht brauchen könnte, beziehungsweise ihr braucht auch kein Fliegen. Das haben sie ganz kurz, bevor man die Klassenmounts wirklich dann erspielen konnte, nochmal rausgenommen. Das Fliegen braucht ihr auch nicht. Ihr braucht wirklich nur dieses Achievement. Ich würde sagen, wir gehen das jetzt Schritt für Schritt durch, bevor wir dann zum jeweiligen Quest mit den Mounts kommen. Ja, als allererstes müssen wir hier den Punkt, die Legionsrichter abschließen. Dafür müssen wir einfach Khadgar auf dem Krasus-Landeplatz treffen. Und wenn ihr hierher lauft und er steht nicht hier, wo er bei mir steht, dann liegt das daran, dass ihr wahrscheinlich einen neuen Char habt und einen Haufen Quests bekommen habt, dass ihr mit Khadgar quatschen müsst. Und die meisten von diesen Quests sind hier in der violetten Zitadelle, sprich in dem Haupthaus. Wenn ihr den Typen also hier nicht stehen habt, geht in das Haupthaus, gibt diese ganzen Quests ab, fliegt wieder hin, dann steht er da. Wahrscheinlich will Blizzard einfach verhindern, dass man so ein bisschen Logiklücken hat, dass Khadgar zehnmal in Dalaran rumsteht. Deswegen spricht man als erstes mit ihm in der Zitadelle, gibt da den ganzen Shit ab, geht dann wieder hierher und dann kann man das Ganze auch beginnen. Ja, wenn man dann mit ihm gesprochen hat, dann schickt er einen zu diesem kleinen Szenario nach so einer kleinen Videosequenz. Dann muss man einfach dieses Szenario durchspielen. Als allererstes landet man dann an diesem Strand. Und ich kann euch ein paar Tipps geben. Ich habe das jetzt mit allen zwölf Chars durchgemacht. Und dementsprechend auch mit Chars, die über Inversionen hochgezogen sind, also sprich sehr, sehr schlechtes Gear haben, irgendwas mit 720er Item Level, also sprich ziemlich dreckiges Gear anhaben. Und mit denen habe ich teilweise da ein bisschen getrickst. Falls ihr das auch vorhabt, mit schlechten Equipters zu machen, kann ich euch da ein paar Tipps geben. Und zwar unter anderem, diese Mobs am Strand, die müsst ihr nicht alleine töten. Sobald ihr die antaggt, hauen die NPCs die oben. Also sprich, ihr lauft da einfach durch alle Mobs durch, taggt die irgendwie an mit irgendeiner Meinung. Und mal eh mit irgendwelchem Instant-Zauber lauft da einfach durch, taggt die alle an, dann werden die umgehauen. Ihr müsst da keinen großen Schaden drauf haben. Dann müsst ihr den Boss oben umhauen. Einfach zum Boss hochlaufen, in seinen Bereich reinlaufen. Ihr könnt auch die Mobs, die davor sind, könnt ihr auch komplett ignorieren, also ihr braucht nichts töten. Taggt ihn einfach nur dadurch, dass ihr in das Gebiet reinläuft und macht da so einen Dialog. Dann kommen diese NPCs nach, hauen diese Mobs um und hauen dann auch diesen Boss um. Also sprich, den müsst ihr theoretisch auch nicht großartig runterhauen. Dann müsst ihr nach unten laufen. Unten müsst ihr dann... ein paar Gedöns umhauen, beziehungsweise da müsst ihr dann auch, ich glaube, irgendwas platzieren oder irgendwas aufmachen müsst ihr. Macht es am besten so, wenn ihr gar kein Gear habt, lauft da hin, lasst die Mobs kommen, die hauen euch das ganze Zeug um. Und die könnt ihr ja so ein bisschen supporten. Und sobald die da den Weg aufgeräumt haben, dann die drei, vier Sachen, die ihr anklicken müsst, anklicken. Und ja, dann geht es eigentlich auch schon weiter, so habe es ich gemacht, weil mit meinem ganz gammeligen Chars stirbt man sich da einfach nur durch und das ist ziemlich frustrierend. Sobald ihr das gemacht habt, müsst ihr einen Boss umhauen. Da könnt ihr auch einfach ein, zwei Mal draufhauen. Die NPCs kloppen den dann langsam runter, ist auch kein Stress. Danach müsst ihr in ein kleines Portal reingehen. Und dort müsst ihr ein paar Bomben legen. Und später, sobald ihr so ein paar Bomben gelegt habt, müsst ihr noch den Boss umhauen. Und zwar müsste das der Endboss von der neuen Fünferinstanz sein. Wenn Mephistroph oder wie der sich auch schimpfen mag. Und sobald ihr den um 10% Leben erleichtert habt, der haut übrigens nichts gut zu. Also wenn ihr den nicht packt, das geht eigentlich gar nicht. Ich habe, wie gesagt, den mit sämtlichen Chars, die nur noch VOD-Gear anhatten, konnte ich den umhauen. Also das ist alles auf jeden Fall recht easy machbar. Sobald ihr das gemacht habt, habt ihr das Szenario dann abgeschlossen. Katka portet euch raus, das Legionsschiff fliegt in die Luft und ihr bekommt neue Quests. Und zwar könnt ihr dann eine Vielzahl an Quests annehmen und ein paar sind nur wichtig. Und zwar braucht ihr die Quest, wo ihr dementsprechend einen Arbeitsauftrag losschicken müsst, um so einen Beutel zu kriegen, beziehungsweise das Gebäude so ein bisschen aufzubauen. Dafür braucht ihr insgesamt 100 von diesen Ressourcen der Legionsrichter. Das ist ein Kriegsvorräte der Legionsrichter. Sprich, ihr habt 25 Ressourcen per se schon mal, ich glaube durch das Szenario erhalten und müsst dann noch 3 Worldquests machen. Macht an der Stelle nicht mehr Worldquests. Ein kleiner Tipp an der Stelle, denn ihr braucht die später noch. Sprich, 3 Worldquests machen und dann könnt ihr dieses Gebäude hochbusteln. Dann kriegt ihr noch mehrere Quests. Unter anderem müsst ihr auch in das Dungeon rein. Diese Quest braucht ihr nicht. Also ihr müsst nicht in das Dungeon rein. Die fällt nicht unter die Legionsrichterkampagne. Dann habt ihr noch eine Quest, wo ihr zu einem Außenposten müsst. Algen oder irgendwie so heißt dieser Posten. Da müsst ihr einfach nur hinfliegen. Dann habt ihr dementsprechend den nächsten Punkt fertig von der Legionsrichterkampagne. Algensposten heißt der. Dann müsst ihr von dem Posten weiter zu dem Rache-Posten. Da müsst ihr ein paar Fledermäuse umhauen, ein paar Mops. Übrigens, die könnt ihr auch in diesen Posten reinziehen und dann hauen die NPCs das wieder vor euch um. Also sprich, für den schlecht equippten Char, alles kein Problem. Lasst euch dann einfach von den NPCs umhauen. Und dann habt ihr auch schon 5 Punkte fertig mit denen. Als Allernächstes bekommt ihr das Erste, was dann so ein bisschen vielleicht fordernder wird. Und zwar müsst ihr dann eine Invasion spielen. Das ist der 6. Punkt. Sprich, da müsst ihr ein bisschen warten, bis eine Invasion kommt. Das kann so ein bisschen ein Breaker sein bei dieser ganzen Quest-Reihe. Und da ist das vielleicht praktisch, wenn ihr auf VRW-Head nachschaut, wann die nächste Invasion ist. Oder euch ein Addon holt, das Legions-Invasionstimer heißt. Also sprich, alles zusammengeschrieben. Das zeigt euch immer schön die nächsten Invasionen an. Ist eine praktische Sache. Dann verpasst ihr es nicht. Das kloppt auch groß auf, wenn eine Invasion ist und ihr gerade am Spielen seid. Also das ist eine ganz schöne Sache. Was müsst ihr da machen? Und zwar, ihr müsst bei der Invasion 4 Worldquests von der Invasion machen. Und dann dementsprechend das Szenario von der Invasion spielen und den Endboss umhauen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr das abschließen. Wichtig an der Stelle ist, schaut, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr Worldquests bei der Invasion macht als nur die 4. Denn ihr braucht später 2500 Netersplitter. Die braucht ihr nämlich danach nochmal. Und deswegen solltet ihr bei der Invasion gucken, dass ihr auf jeden Fall die 2500 zusammenkriegt. Ein Rat von mir, macht einfach alle Worldquests plus die Invasion. Dann kriegt ihr auf jeden Fall die 2, 5 zusammen. Meistens so 2, 9, 2 bis 3,000 kriegt man eigentlich so durch den Schnitt, wenn man alles macht. Also sprich, das ist so ein bisschen ein Rat von mir. Solltet ihr nicht weniger machen, sonst müsst ihr nachher wieder warten, habt wieder Downtime. Das wollt ihr sicher nicht. Sobald ihr das abgegeben habt, kommt dann der siebte Punkt. Und zwar Champion der Legionsrichter. Und für diesen müsst ihr einen zusätzlichen Anhänger in einer Ordenshalle freischalten, der euch übrigens auch einen neuen Slot gewährt. Hier kommt aber dann der Knackpunkt, dass ihr die Klassenquest gemacht haben müsst. Warum? Ihr kriegt zwar die Quest, also ihr kriegt diese Quest bei der Legionsrichterkampagne, diesen Champion zu akquirieren, bekommt nur, wenn ihr vorher die Klassenkampagne gespielt habt. Follower in eurer Ordenshalle nicht, den ihr dann freispielen müsst. Das ist so ein bisschen tricky an der Geschichte. Deswegen müsst ihr die blöde Klassenkampagne spielen, sonst kommt ihr in der Legionsrichterkampagne nicht weiter. Bei der Klassenkampagne ist es, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, einfach diese Geschichte, wo ihr den letzten Trade freispielt. Mit einem Char, den ihr ohnehin spielt, habt ihr das auf jeden Fall schon gemacht. Bei einem neuen Char müsst ihr halt da noch ein bisschen Zeit rein investieren. Das solltet ihr ein bisschen bedenken. Kann sich teilweise auch ein bisschen ziehen, weil die Klassenkampagne ja sehr, sehr lang ist. Also das sollte man so ein bisschen einberechnen. Hat man die Klassenkampagne gespielt, bekommt man diese Quest auch. Muss dann, ja, weiß ich nicht, wie viele Quests das sind. Es hängt von Klasse zu Klasse ab. Also es sind dann von jeder Klasse ein paar andere Quests. Und am Ende von dieser kleinen Questreihe bekommt man dann seinen zusätzlichen Anhänger. Und damit, wenn man diesen Anhänger sicher spielt hat, hat man dann dementsprechend auch diesen Champion akquiriert. Und kann auch die Legionsrichterkampagne abgeben. Also sprich zumindest diesen siebten Punkt. Danach kommt ein achter Punkt, der heißt Splitterwoche. Und bei der Splitterwoche, wie man sich das schon denken kann, braucht man Netersplitter. Und wie viel braucht man? 2500, die ich vorhin erwähnt hatte. Wenn ihr jetzt blöderweise nur 2200 durch die Invasion gefarmt habt, weil ihr die Weltquests nicht gemacht habt, dann steckt ihr hier wieder fest und müsst auf die nächste Invasion warten. Und dann zieht sich das Ganze noch länger. Deswegen farmt euch bei der ersten die Splitter zusammen, dann habt ihr kein Problem. Übrigens, wichtige Information hier. Ihr bekommt dann die 2500 Niedersplitter wieder zurück. Und das ist der Punkt, wo ihr euch Gear kaufen könnt. Sprich, wenn euer Charakter Gammlik as Fuck ist, so wie bei mir, dann könnt ihr euch genau an dem Punkt euch das Gear kaufen. Kauft euch das Gear voll. Danach, nach der Splitterwoche, müsst ihr dann mal der Sentinex besorgen. Und zwar müsst ihr dann einfach euch eine Sentinex-Gruppe am besten suchen oder selber basteln. Das Sentinex dürftet ihr ja wissen, ist dieses kleine Raumschiff, was da rumfliegt. Und da braucht ihr so kleine Portalsteine. Macht diese Portale auf, haut die Mobs um und dann bekommt ihr diese Male des Sentinex. Übrigens wurde das krass gebufft. Also, wo ich das am ersten Mal mit Male gemacht habe, habe ich fast keine gekriegt. Also, es ist ewig gedauert mit den Twings. Außer ein paar Mobs um, da sind da irgendwie 30 Dinge auf einmal drin. Also, gefühlt zumindest. Ganz so viele sind es nicht. Aber es sind wesentlich mehr und es geht auch wesentlich schneller als am Anfang, muss ich gestehen. Also, da haben sie schon ein bisschen was bei dieser Quest-3-Fahr simplifiziert. Oder halt auch einfach das Ganze ein bisschen beschleunigt. Genau. Was haben wir dann danach, sobald wir die Sentinex-Dicker haben? Da haben wir den ersten richtig großen Lockout im Endeffekt. Weil ihr müsst zwölf Worldquests an der verherrten Küste absolvieren. Deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, macht wirklich nur diese drei Worldquests. Denn im Normalfall, wenn ihr ganz frisch da seid und alle Worldquests auf der Insel da sind, dann habt ihr maximal zehn Worldquests. Wenn ihr vorher schon alle durchballert, dann habt ihr ja keine mehr und könnt das nicht weitermachen. Und ihr müsst warten auf den nächsten Tag, beziehungsweise bis neu procken. Und das procken immer nur so ein, zwei, vielleicht neun und das. Ich kann es euch jetzt nicht sagen, alle paar Stunden. Also, das dauert schon lang, bis da welche neu kommen. Deswegen am besten nur die drei machen. Dann müsstet ihr noch so sieben Stück haben. Sieben, acht Stück, je nachdem, wie lange ihr zwischendrin gebraucht habt. Und dann am nächsten Tag müssten eigentlich die restlichen vier, fünf auftauchen. Und ihr könnt dann weitermachen. Also, sprich, da müsst ihr auch schon wieder einplanen, dass es sich ein wenig ziehen kann. Genau. Sobald ihr dann die ganzen Worldquests gemacht habt, also wahrscheinlich am nächsten Tag, habt ihr dann die nächste Quest. Und zwar müsst ihr dann die Verseuchung bannen. Und dazu müsst ihr 100 Dämonen töten, aber nicht irgendwo, sondern es gibt zwei Spots. Und zwar einmal hier in Suroma, in der Teufelsbastion. Und zwar noch einmal hier in Asuna. Farona heißt das ganze schöne Ding. Ich bin eher ein Fan von Suroma. Und zwar kann man hier das natürlich auch wieder mit Gruppen machen. Also, sprich, auf dieses Auge drücken, sich in eine Gruppe einladen lassen. Und dann gibt es hier so kleine Mobs, die ihr umhauen müsst, wo dann diese Munition droppt. Dann könnt ihr euch in die Kanonen reinhocken. Und wenn ihr nicht so ein schlechtes Aiming wie ich habt, dann schießt ihr da auch relativ schnell diese Fledermäuse um. Und müsst da auch kein Gear oder Skill oder irgendwas haben. Naja, doch, ihr müsst Aiming haben. Also, wenn mir das ein bisschen länger gedauert, aber es geht wirklich am schnellsten, wenn ihr diese Fledermäuse runterschießt. Wenn dann auch fünf Leute die Fledermäuse runterschießen, dann ist das eine zügige Sache. Dauert das keine fünf Minuten, dass man diese 100 Dämonen fertig hat. Sobald ihr das habt, wieder zurückfliegen und ihr bekommt dementsprechend dann die nächste Quest. Und zwar müssen wir danach dann ein paar Würmruhzungen-Kisten holen. Und zwar sind das diese kleinen Kisten, die euch auf der Map auch angezeigt werden. Also, sprich, nicht in dieser einen specialigen Höhle drin, sondern diese kleinen Kisten, die hier überall am Strand rumliegen. Bei diesen ist es so, dass ihr da Lack haben könnt oder auch Pech. Es waren übrigens mal zehn Kisten, die haben es schon genervt auf fünf. Also, ich hatte manche in zwei, drei Minuten, wo halt kein Schwein da war und man sie easy looten konnte. Und es gab Dinger, wo ich da über eine halbe, dreifel Stunde unterwegs war für diese Kisten. Was ich empfehlen kann, hier am Strand, hier lang, sind relativ gut welche. Man kann das Ganze auch Server hoppen. Also, sprich, mit dem Add-on-Server-Hop, sich einen einen Spot stellen und immer wieder hoppen. Da kann ich empfehlen, Höhlen, weil die meisten Leute nicht in irgendwelche Höhlen reinfliegen. Was kann ich da empfehlen? Und zwar hier hinten, hier, also hier ist ein Eingang, da ist eine Höhle etwa. Dann, ähm, hier ist irgendwo eine Höhle rein. Und hier im Durchgang ist auch irgendwo noch eine Höhle, wo man ganz gut die Dinger holen kann. Ja, natürlich kann man hier auch einfach nur dem Strand langfliegen oder einmal in die Insel rum und auf Glück setzen. Also, das ist halt eher Lack und der Serverauslastung geschuldet, wie schnell man diese Kisten hat. Aber nicht wirklich ein Breaker, sondern einfach nur nervig. So, danach muss man drei Elite-Dämonen beziehungsweise Rare-Dämonen. Und das sind die Dudes, die ihr jetzt hier auf der Map seht, also diese Totenschädel. Und die sind gefühlt immer mit jedem Char zu Zehntausenden da, wenn man sie nicht braucht. Und wenn man diese Quest kriegt, dann ist keiner da, bis einer. Das könnt ihr anscheinend nicht Serverhoppen. Ich hab's versucht, vergebnislos. Also, die sind anscheinend immer gleich da oder die Punkte, zumindest hab ich die Erfahrung gemacht, also Serverhoppen bringt hier relativ wenig. Genau, wenn ihr die umgehauen habt, dann bekommt ihr den nächsten großen Breaker. Und zwar müsst ihr, zumindest laut Quest-Text, drei Missionen von den Legionsrichtern machen. Stimmt nicht, das hat Blizzard ebenfalls gefixt. Ihr müsst nur noch eine machen. Kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr diese Quest annehmt, bekommt ihr auch eine Legionsrichter-Quest, die relativ low ist. Also, die ihr auch mit low Mobs machen könnt. Es wird auch von vielen Quellen gesagt, oh, diese Legionsrichter-Quest, da gibt's ja diese zum Beispiel, wenn ihr so ein Gebäude baut, wo ewig schwer sind, die kann man mit low Anhängern gar nicht machen. Ich sag euch eins, ihr kriegt dann eine neue Mission, wenn ihr diese Quest annehmt. Und die könnt ihr mit den lowesten Typen überhaupt machen. Also, ich hab teilweise noch nicht mal alle auf 110 gehabt, alle Anhänger, und ich konnte die Mission trotzdem easy machen. Manchmal braucht man ein paar von diesen Extra-Typen, die man sich in der Ordenshalle holen muss. Aber es geht auch mit ungegierten und ungelevelten Anhängern. Soviel dazu. Also, da braucht ihr keine Panik haben. Genau. Sobald ihr das gemacht habt, also sprich, die dauert acht Stunden, die Mission, die ich mein, und, ja, ein bisschen runtersetzen, vielleicht auf sechs oder so, wenn ihr da gute Champions habt oder gute Anhänger. Wahrscheinlich dann auch wieder bei euch am nächsten Tag. Ihr merkt schon, das hat hier immer ein bisschen Lockout. Also, man muss immer ein bisschen gucken, dass man das sich, ja, straight durchballert. Sonst muss man halt ewig warten, wenn man nicht dran bleibt. Genau. Sobald man diese Mission fertig hat, bekommt man die letzte Quest. Und zwar heißt es einfach, dass man 100 Dämonen hier auf der verheirten Küste besiegen muss. Da kann man sich überlegen, haut man hier einen Sentinex um oder macht man hier diese, hier gibt es so eine Wichtel-Quest auf dieser kleinen Insel, das es ziemlich schnell geht. Und wenn halt nichts gerade da ist und man auch keinen Sentinex machen will, dann gibt es hier diese Spinnen und da gibt es so kleine Eier. Und da kommen, glaube ich, mal drei, vier kleine Spinnen raus, die man one-hitten kann. Also, die haben gar kein Life und die zählen auch. Also, sprich, wer das schnell einfach so machen will, kann das einfach hier machen bei diesen kleinen Spinnen. Die sind immer da, unabhängig von der World-Quest. Und, ja, da kann man dann dementsprechend relativ schnell das durchbasteln. Ja, sobald ihr das abgebt, kriegt ihr das Achievement. Und ein paar Meter weiter von dem, wo ihr es abgegeben habt, ist dann ein Typ von eurer Klasse. Das ist abhängig natürlich von welcher Klassen-Quest wir jetzt gerade sprechen. Und mit dem quatscht er einfach. Ihr müsst in eure Ordenshalle gehen. Und dann geht es auch schon ganz normal mit der jeweiligen Quest-Reihe für das Mount weiter. Und die ist, je nachdem, welche Klasse ihr da habt, unterschiedlich lang. Ja, für den Teil war es das. Ich würde sagen, jetzt schauen wir dann bei der jeweiligen Klassen-Quest für das Mount direkt rein. Kann noch was holen. So, und jetzt müssen wir zu Odin als erstes. Dann schauen wir mal. Ist voll lieb. Oh, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Aber findet ihr das Palm-Motiv bis jetzt am besten, oder? Jetzt schauen wir mal, was wir hier genau machen müssen. Aber die einen waren jetzt echt ganz kurz. Ah, hier müssen wir gleich ins Szenario. Okay. Ohne Tapferkeit hat das Leben keinen Weg. Uh. So, Cockpit kann ich nachher auch noch gucken, okay? So, was müssen wir denn jetzt hier machen? Ich sehe halt fast nichts. Das ist halt die Kacke. Achso, ich muss den Typen hier anquatschen. Okay. Ist halt echt anstrengend gerade. Uh, den fordere ich jetzt raus. Wird jetzt ein Duell, oder was wird das? Okay. Naja, das ist halt Tank im Single-Target. Okay, der macht jetzt hier den Boden. Naja, das ist wahrscheinlich das DD. Ist das hier eine... Also, warte mal. Ich habe ja hier CDs, ne? Die könnte ich auch mal einsetzen. Achso, den kann ich countern. Okay. Vielleicht soll ich den mal aus der Grütze rausziehen, hä? Das wäre was. Ach, komm. Also, Tank im Single-Target ist halt immer semi-gut. Oh, shit. Der macht ganz schön... Okay, da muss ich mir was einfallen lassen. Der macht ganz schön Damage. Komm her. Komm her. Da muss ich mir was einfallen lassen. Ich bin näher ran. Hä? Achso, ich kann ihn nicht kicken, während ich in dem Dings drin. Oh, kacke. Oh, kacke. Jetzt... Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem. Ich bin außer Reichweite. Ne. Okay, das muss ich anders machen. Ihr kommt vorbereitet. Wenn nicht, habe ich hier ein paar Vorhälte auf Lager. Okay, da muss ich auf jeden Fall rausgehen. Ah, okay. Den hatte ich ein bisschen unterschätzt, den Dude. Warte mal, ich könnte aber auch... ...theoretisch mit dem Absorb-Trinket spielen, ne? So, das ist ein U-Trinket. Oh, das könnte ich auch mal benutzen. Okay, Moment. Machen wir das mal. Machen wir das mal hier hin. Also umso weniger von mir zu sehen ist. Na, danke. Na, danke. Krieger! Willkommen zur Prüfung des Zarn. Nein, das muss natürlich jetzt hier im Party-Modus passen, alles. Die ersten Kämpfer sind der mächtige Schlachtenfürst und der berüchtigte... Danach wird's easy. Oh, das packt man. Ich muss bloß aus dem Zeug rausgehen. Das ist... Dann ist, glaube ich, kein Problem. Dann ist es kein Problem. Ich muss näher ran. Ach, das geht mit meiner Spezialisierung nicht. Okay, dann muss ich das andere Trinket anziehen. Das stellt er sich in seinen Kack da rein. Das mag ich natürlich gar nicht. Ich muss ein anderer Trinket anziehen. Das kann ich nämlich... Das hier kann ich in der Spezialisierung nämlich gar nicht benutzen. Österreichweite. Ich kann da rausspringen, theoretisch. Das geht auf jeden Fall. Ich kann da auch vorher schon rausgehen. Okay, das ist gut zu wissen. Okay. Ja, ich hatte... Das habe ich ja auch gekriegt von diesem einen Ding. Das ist ja dämlich, dass ich es nicht benutzen kann. Das ist ziemlich dämlich. Dann bringt mir das ja nichts. Das sieht jetzt schon viel besser aus, diesmal. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ah, den krieg ich diesmal. Da bin ich guter Dinge. Muss bloß immer aus dem Shit raus. Was hat denn der da für einen Stack? Wo ist auch der Schad? Oh, um 150% erhöht. Ach, muss ich da weg, wenn der das Toben macht? Oder ist das das Soft Enrage? Oh, ich bin außer Reichweite. Oh, Kacke. Das ist, glaube ich, der... Der Soft Enrage, den ich... Kann ich das irgendwie verhindern, dass er den macht? Was, ob ich high bin, warum die Brille? Ähm, das ist einfach so ein bisschen fun. Deswegen haben wir die Brille auf. Deswegen auch der Hintergrund. Hä, das untere T? Was meinst du? Nö, nö, die... Dieses Schild habe ich mir schon drauf gebufft. Ach, Kacke, jetzt habe ich das Trinket nie gewechselt, ne? Oh, das ist ja der nächste Herausforderer. Das Bild ist fast ein bisschen zu groß. Das machen wir wieder ein bisschen kleiner, würde ich sagen. Machen wir das mal nur so groß, oder? Naja, gut. Das andere Bild ist ja noch dahinter. Warte mal, jetzt ziehen wir das andere Trinket an, wenn ich das hier eh nicht benutzen kann. Dann nehmen wir das hier. Oh, da sollte ich wahrscheinlich rausgehen. Okay. Okay, da muss man auch rausgehen. Ich muss halt gucken, wie die einzelnen Klassen... Okay, da kann ich drüber springen, oder? Ja. Also ich muss mir jetzt halt auf die einzelnen Klassen eingrooven. Ich spiele halt nicht sonderlich viel mit dem hier. Die Sonnenbrille erschwert es jetzt noch ein bisschen. Aber das ziehe ich jetzt durch hier. Ich muss näher ran. Okay, den kann ich ja dann theoretisch immer chargen... Oh, kacke. Kann ich ja dann drüber chargen, theoretisch. Ach super, dann geht er in die andere Richtung. Ach so, okay. Das bringt mir also gar nichts, wenn ich da drüber... drüber jump. Okay. Gut zu wissen. Okay, also der Linie kann ich einfach rausgehen. Das ist kein Stress. Ah gut, das macht 500.000, wenn ich da rein charge. Also da muss ich eher drüber springen, als dass ich... als dass ich rein charge. Das ist dann nicht so gut. Das ist Weltall, das Hintergrundbild. Im Weltall kann ich auch noch machen. Aber dann kann ich auch mein Täler-Dings da machen. So, warte mal, da springen wir lieber drüber diesmal. Ich sollte auf ihn springen, dann kriegt er halt auch noch Damage, ne? Das wäre die bessere Alternative. Das hängt da, das halt eben... diese Greenskill, ja. Ja, damit... Also am Anfang muss man halt ein bisschen rumspielen, da ist das halt so. Oh, das werden ja immer mehr. Oh, kacke, jetzt bin ich natürlich da reingedings. Warte, wenn ich ihn charge, dann wird er auch gedingst hier. Weil wenn ich ihn während er es caste, charge... Also ich kann... Ihr seht schon, bei Worry, ich kenne mich halt null aus. Wenn ich ihn jetzt charge, macht er trotzdem, okay. Bringt nix. Das bringt nix. Okay, jetzt kann ich meine CDs wieder schmeißen. Hat der auch einen passiven Dings? Erlittener Schaden um 50% verringert. Warum? Kann ich das irgendwie runter machen? Wenn ich da das Ding drauf schmeiß... Achso, immer wenn er läuft, dann... Ich bin außer Reichweite. Dann kriegt er mehr Damage, oder wie? Hä? Was für ne geile Kniescheibe. Als ob mein Freund Jakob kommt cool ist. Ne, den kenne ich leider nicht. Super, da komme ich jetzt nicht drum, oder? Wobei, so viel Schaden macht das halt echt nicht. Da können wir einfach durchchargen. Das ist eigentlich auch schon wurscht. Und jetzt breffen wir noch einmal rein. Oh, bleibe ich da drin stehen? Macht das viel Schaden? Oh, das betäubt mich sogar. Aber ich kann hier als Worry... Oder als... Ähm, nicht als Worry, als Ding kann ich da ja einmal raus. Wenn er das Schild schmeißt, dann mache ich mir Schaden. Ah, okay, jetzt blicke ich das. Jetzt ist er eh schon fast tot. Was mit mir ist... Das ist alles nur ein bisschen Fun. Ich habe jetzt den Greenscreen, probiere gerade ein bisschen rum. Wir machen halt hier ein bisschen Spaß. Alles nicht zu ernst nehmen, wie meistens bei mir. Was, ne Frau? Also bitte. Kannst du mir doch keine Frau als Gegner geben. Oh, okay. Kann dem Schlachtenfürsten der Triumph gelingen? Okay. Mal schauen, was die so drauf hat. Irgendeinen Debuff? Okay, die... Die jumpt nur ziemlich viel hin und her, wie mir scheint. Oh, kacke. Da muss ich anscheinend raus. Oh, da musst du... Da musst du wegrennen. Okay. Oh, was ist denn das für ein Shit? Okay. What the fuck? Okay. Das ist eine interessante Mechanik, muss ich sagen. Obwohl, habe ich das eine Trinket gar nicht mehr rausgezogen. Kann ich jetzt die ganze Zeit Zeug draufwerfen auf sie? Ja, das geht. Machen die die Dinger am Schaden? Wahrscheinlich gar nicht so viel, oder? Komm, komm in die Mitte. Warte, wenn ich da draufbreath, die hört bestimmt gleich wieder ab. Also, naja, das dachte ich mir schon. Das dachte ich mir schon. Das ist zu weit entfernt. Das Küchenbattle des Jahres, ja? Das siehst du mal. Na? Na, 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 na. Hier, nicht mit Papa. Oh, jetzt starten wir da... Oh, scheiße, das haut ja richtig Schaden raus. Okay, da darf ich... In die Dinger darf ich echt nicht reingeraten. Aber gut, dass ich es einmal getestet habe. Und da darf ich echt nicht reinkommen, wenn die klingen... Ich muss näher ran. Habt ihr gesehen? Das hat mir über die Hälfte vom Life abgezogen. Das ist krass. Ich bin nicht halb tot hier. Oh, oh. Jetzt bin ich da in eins reingekommen, ne? Oh, oh. Macht's ja das schon wieder. Ein bisschen mehr am Weglaufen, ist alles andere. Eigentlich muss ich dann schnell gucken, dass ich wieder in die Mitte komme, ne? Sobald sie das gemacht hat. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ich muss näher ran. Ne, eigentlich wäre es sinnvoll, dann außen zu laufen und dann in die Mitte wieder reinzuspringen, sobald sie es durch hat. Also, wenn ich es jetzt gleich verkackt fürs nächste Mal. Ich darf das nicht erwischen. Bin ich gleich down. Hab ich nicht mehr sonderlich viel. Muss ich nur machen, vielleicht... Nö, ich glaube, das habe ich verkackt. Ich hätte mich von dem einen Ding nicht erwischen lassen dürfen. Wenn ich gleich schon nach außen laufe, ist glaube ich besser. Ich musste nach außen ziehen? Und dann, sobald ich es durchgecastet habe, springe ich in die Mitte rein. Das ist, glaube ich, der Trick an der Sache. Muss ich blöderweise jetzt klicken? Oder? Das war doch jetzt besser, oder? Was meint ihr? Bildblock öfter benutzen, okay. Ich weiß nicht, ich dachte, das Ding ist stärker. Oh, kacke. Oh, kacke. Nein! Nein! Jetzt muss ich es mit dem Ding nur tot hitten. Puh, das war knapp. Puh, letzte Phase. Ja, aber ich habe auch irgendeinen totalen Mist geskillt. Keine Ahnung, was ich mit dem Worry geskillt habe. Ja, Schildblock ist stärker. Ich dachte hier, der Absorb ist ein bisschen stärker. Schildblock. Geht euch auf die Rune, wenn ihr bereit seid, dem letzten Herausforderer gegenüber zu kommen. Jo, ich bin bereit. Wer ist denn das? Ach, die tut sie schon wieder. Oh, ich bin immer noch ein bisschen verspannt hier. Ey, hier hat ihre beste Schülerin zum letzten Herausforderer des Schlachtenfürstens. Was, mit Schildblock kann man sich heilen? Das wäre mir aber neu. Türi. Wird das Kampfgeschick des Schlachtenfürsten ausreichen, um den Champion Elias in den Stock zu zwingen? Ja, dann benutzen wir halt öfter Schildblock, wenn ihr das meint. Was ist da? Das glitzert. Oder es hat geglitzert. Das kann nicht... Oh, kacke. Ich bin noch tot. Ja, super. Jetzt geht der Kampf halt instant los und ich habe Hälfte von meinem Life. Das freut mich natürlich jetzt wieder. Oh, was ist das alles für eine Scheiße? Okay. Was macht sie denn? Können sie mal aufhören, die ganze Zeit rum zu chargen? Oh, kacke. Das ist ja echt eine richtige Bitch. Wenn ihr wissen wollt, was eine richtige Bitch ist, da habt ihr eine. Die macht ja einen Haufen Scheiß-Zauber. Das ist zu weit entfernt. Okay, wenn ich sie danach ancharge, dann macht sie es nicht. Okay. Muss ich hier bloß wieder raus? Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Lädt immer noch auf. Ich bin außer Reichweite. Oh, kacke. Ich bin außer Reichweite. Ich kriege jetzt aber gefühlt mir auf die Fresse, wenn ich Schuldblock öffne. Oh, kacke. Das musste die jetzt... Jetzt habe ich gerade mal ein Ulti gezogen. Dann musste ich ihren Kack da aktivieren. Kasse dich. Schnell charge, dann kann ich es abbrechen. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ah, kacke. Raus da. Dann bin ich einfach... So, dann bin ich K-1. Ja, weiß ich nicht, ob ich dann K-1 bin. So, komm her. Was? Die hat mich erwischt? Wie ging denn das? Blasphemie. Die hat mich noch niemals erwischt. Ah, kacke. Warte mal, die Dinger... Kann das sein, dass die Dinger nicht weggehen? Ich habe hier irgendwann... Alles voll gewolltet. Oh, kacke, die hat mich schon wieder erwischt. Oh, kacke. Jetzt gehe ich aber langsam down hier. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Lauf, 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 lauf. Hat mich das erwischt? Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Oh, scheiße. Ich muss näher ran. Muss ich mir dann bald irgendwas überlegen, weil so langsam... Ich muss näher ran. Oh, kacke. Das war... Das war nicht so clever jetzt. Muss ich echt defensiv spielen, dass ich das nur irgendwie reiß? Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Das können richtig eng werden. Ich glaube, ich habe noch keinen Charge, den ich dann benutzen kann. Und ich baue mich langsam hier hinten drin ein. Nee, da muss ich jetzt weg. Lass sie lieber kommen. Jetzt habe ich mich schon wieder gar... Jetzt habe ich gar nicht schlecht hochgehalten, dadurch. Durch den defensiven Move hier. Ah, ich charge jetzt lieber nicht. Es könnte sein, dass es abbricht. Kann aber sein, dass ich dann instant sterbe. Jetzt habe ich schon lang genug rumge... Oh, kacke. Oh, das war... Oh, shit, war das knapp. Ha, seht ihr das? Ey, der Damage ist brutal, den ich fahre, ne? Ja, ich habe jetzt auch nicht so das geilste Gear. 8, äh, 22 hat der angelegt, ne? Warum hat denn der eigentlich so ein Low-Ski an? Ich habe da 11.000 Liter-Splitter. Oh mein Gott. Ich hätte mir halt viel höheres Gear kaufen können, ne? Ich habe nicht mal eine 800er-Waffe. Na, weil ich... Weil ich hier ein... Ja, ich hätte es mir halt viel leichter machen können. Der Junge, ja, was? Inwiefern hebe ich denn jetzt ab? Nur weil ich einen Strandhintergrund habe? Ich soll mal zeigen, was ich geskillt habe. Ich habe keine Ahnung, was ich geskillt habe. Wahrscheinlich irgendeinen Mist. Wahrscheinlich alles, was... Ja, genau, ich habe alles geskillt, was passiv ist. Und das Heilteil. Ja, das ist ja total Mist geskillt. Das ist mir schon klar. Wollen wir nicht drüber reden. Brauchen wir nicht drüber reden, dass ich total Mist geskillt habe. Ja, das ist natürlich, ne, nicht so clever. So, das müsste Mount Nummer 3 sein. Oh, das riecht halt so chemisch hier. Puh, da muss ich echt gut durchlüften, man, alles. Hm, das ganze Gold. Hard erarbeitet habe ich das. Erzählt mir von euren Kämpfen. So, jetzt schauen wir mal das Mount nur an. Hier haben wir das Kriegermount. Das kann man hier nicht benutzen, na super. Schauen wir mal, wie es aussieht. So, in der Speck hat es eine andere Farbe. Das Tank ist es anscheinend so lila und in rot. Das habe ich auch schon mal gesehen. Das sieht natürlich sehr nice aus. Das auf jeden Fall. So, ja, das ist hierملutig. Gut, guten und gut. 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 Gut.